Herr Abgeordneter, Herr Stümpfig, es sind zwei Zwischeninterventionen hier, die erste von Herrn Albert Thurin. Herr Kollege Stümpfig, seit Jahren wettert ihr dagegen, gegen den Vorschlag, den heute auch Herr Brunn gebracht hat, den ich ursprünglich gebracht habe, Gleichstellung Meister, Master, weil das sind die Leute, die wir zukünftig brauchen, damit überhaupt was gebaut werden kann. Jetzt auf einmal heißt es, es fehlen uns Facharbeiter und Meister und die Leute und dann tut ihr aber, ihr verhindert es quasi mit ein paar Euro, weil ihr nicht wollt, dass da, von wegen Abbrüche und so, was ich aus eurer Fraktion gehört habe. Aber ich möchte endlich eine Kostenschätzung, ich möchte wissen, was soll der Spaß kosten? Frage. Gut, bitteschön, Herr Stümpfig. Herr Dün, ich habe es in meiner Rede noch einmal dargestellt. Wir müssen doch sehen, dass die, es ist doch genau andersrum.